Die Karre ist der Hammer, die geht richtig ab. Drinnen ist auf jeden Fall noch Kohle. Mal gucken, ob ich da noch rankomme, weil es sind zu viele von denen. Der Typ hat sich in irgendeinem Loch verkrochen. Oh kacke. Heftig. Ja, ja. Das ist, ich weiß nicht, sieht aus wie eine schutzsichtere Weste. Er ist an uns allen vorbeigekommen? Gottverdammt. Lass nichts von ihm übrig. Vor mir kannst du dich nicht verstecken, Kleiner. Er muss hier sein. Er muss hier sein. Scheiße, der ist hier über. Das ist nicht so einfach. Mit einem Maschinengewehr. Gibt es da noch einen anderen Eingang? Da hinten. Ach Mensch, geh doch mal weg hier. Alle Mann in Deckung. Du bist dort, Schwanzlutscher. Boah. Der Scheißkel macht ja ernst. Was haben wir? Irgendwie da. Ich geh in Deckung. Ich geh in Deckung. Nachladen. Es tut mir leid, dass sich das gerade mal ein bisschen zieht. Aber ich will... Ich will unbedingt an die Kohle ran oder an die schutzsichtere Weste. Aber ich glaube, das ist oben. Ich hole ihn. Hast du Angst vor mir? Wir müssen ihn finden. Wir können aufhören, ihn zu suchen, wenn er tote ist. Was? Hast du das, Aschok? Was für diesen Motherfucker vom Aschloch. Okay, Kassel? Oh Mann, was hat das denn? Anderalschein. All das Casino. Oh! Oh! in den guten alten zeiten wo bist du hin wir haben doch ich habe da oben drüber sein hier wimmelst du davon sie nach aber da ist da okay ganz ein Wesen jede Karte einsteigen wir sind Cool aber. Ziemlich groß das Gebäude. Mann, Mann, Mann. Oh, Darmunterwäsche. Krass. The only way we make it out of here is if we girls stick together, just hang in there. We'll be home real soon. Was doch immer das heißt, ich weiß es nicht. Englisch ist nicht so mein Appartoir, wenn man ja nicht das bestimmt. Wenn ich es muss. Hä? Ach so, Spiegel. Oh, wow. Schusssichere Weste erhalten. Jawoll. Jetzt können wir wieder abhauen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich muss wieder vorne hin, ich will mal zu meiner Karre, die ich gepolt habe. Warte mal. So, das haben wir. Geil, wir haben uns verbessert. Ah, scheiße. Die Karre ist gut. Oh, Mann. Komm, wenn ich mal in eine Pusche meine. Eine Pusche meine. Mann, schön. wir haben da vorne medikett da gehe ich mal hin wir haben nur eins ich muss mich mal auffrischen was haben wir denn hier überlegt ja was rum album cover in der hollo haben wieder was neues gefunden aber geht es hier auf und rein jawohl was das mit wasser mit der kasse auf sich da geht es für dich nicht lang wo zur hölle willst du damit hin ich rufe die polizei zeugen sind unbeteiligte die zum nächsten telefon oder kopf rennen wenn sich wenn sie dich bei einem verbrechen beobachten schalte zeugen aus ohne sie gleich umzubringen und ohne das weiter zeugen oder dabei noch jemanden erschießen ab zu unserer karre ja hilfvoll ausgebeutet so warte mal nur komme ich auf meine karte eigentlich wo ist denn unser was das semis bar derzeit nicht bargeld in einer brieftasche 3000 ok ziele e punkt setzen ich hoffe wir haben sich also steigen wir mal steigt mal ein so ich bin jetzt erst das geld weg aber ich habe endlich mal eine schusssichere beste da hat sich doch dieser kleine eine kohle und wir haben und wir haben kohle gemacht da ist es schon ja ja so ok haben wir schlüssel ok wir gehen jetzt runter Warte Keller runter sicher ist sicher ich will das gern Ball so werden wir reich Kombination dreimal drehen okay das Geld müsste jetzt drin sein ich habe aufstoßen gerade machen wir jetzt einfach mal der sieht weißt du wie der jetzt aussieht ach wie heißt der denn dieser eine schwarze Schauspieler ich komme nicht auf den Namen scheiße jetzt wäre ich ja gerade kurz davor Moment ich frage jetzt Google scheiße okay Google schwarze Schauspieler vielleicht sehe ich das auf dem Bild dann hatte ich es gleich mal rein Samuel L. Jackson oder ne das ist hier der von Matrix wisst ihr wen ich meine der von Matrix der schwarze da ach Mensch weiß ich wie er da jetzt nochmal heißt Morpheus genau jetzt wisst ihr wen ich meine der Schauspieler von Morpheus der sieht es noch ein bisschen ähnlich jetzt kommen wir hier aber man ich denke immer das geht immer rechts runter so so dann werden wir mal Wegpunkt setzen so geile Karre alter ich bin froh mit dem das nehmen wir uns noch mit hier auf dem Wege lalalalalalalala lala immer rein in die gute Stube alles klar mein Freund alles klar es ist interessant dass euch auf solchen so haben wir mitgenommen gehen wir weg hier ist auf Toilette gegangen einmal durchrutschen die Hupen hören sich irgendwie alle gleich an mehr als drei Medipacks kann man nicht mitnehmen deswegen lohnt es sich nicht den Einleiter mitnehmen ich weiß schöne Karre ich weiß wirklich nicht was im Zettel da wurde doch gerade was grünes oder was gelbes angezeigt hier guck mal ob ich da reinkomme ich will wissen was das ist mich interessiert das gerade was der war dann mal wieder Schloss knacken unsere leute müssen sich davon lösen ein weiteres sozial von Schönheit anzustellen sein eigenes Erkriebe Spaß ist nicht schön wenn die das nicht glauben dann wird es keiner zu machen hmmm wieder irgend so okay wir müssen jetzt ein Blu-Laden ich hab jetzt wieder irgend so ein elektronisches Bauteil äh dann wollen wir mal weitermachen boah kann man sich an dem Spiel kann man ja sich ziemlich lange aufhalten ne das ist gut gemacht äh nixen redet dauernd darüber dass das erste bürgerrecht hässliche Gefallen verbietet ja klar stimmt solange du nicht schwarz bist wieder ab ja ja bin ja fast umgefallen da hab ich die Bierpreise gesehen aber ja 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 ich hab noch so lassen kann ich einfach mal schön stehen ich denke mal versucht durch die Gap dann haben wir das auch durchsuche das pierce tat okay durchsuche suchen wir der kasse ok da ist kein geld wenn die sind wohl arm da ist ein käfen das ist jetzt nichts was was sich lohnt irgendwo einzusammeln schade wir sind immer ein türen in der maus jetzt auch heftig so warte mal jetzt bin ich hier könnte da oben umschauen schadet nicht man weiß ja nicht was man hier findet ich soll mich setzen warum ne ich schau mich erst nach oben bevor ich mich da hinsetzen äh tue warten ich soll warte ok sowieso warten ok dann mach ich gleich komm ich da nicht rein nein scheiße ok dann setzen wir uns da ein und warten wir jetzt mal jaaa was machst du denn haha ok kaffee nicht schlecht die nummer im haitianer camp einfach backers geisel zu spielen und ich hörte du seist tot wir stecken wohl beide voller überraschungen sieht ganz so aus was kann ich für dich tun lincoln clay ich will dass du mir hilfst sein marcano zu killen aha vor ein paar monaten wolltest du noch mich killen und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen jetzt wo marcano die dixi mafia unterstützt ist es nur eine frage der zeit bis er dich aufsucht und du weißt dass sie jeden umbringt werden der ihnen im weg ist und du willst mich vor diesem furchtbaren schicksal erretten meinst du ich besorg dir die kontrolle übers hallo danach werden wir sehen wie es weiter läuft weißt du warum sammy und ich miteinander krieg hatten ich hätte gedacht du warst scharf auf die lotterie bitte nur weil du dich vor ein paar unbequemen wahrheiten drückst brauchst du vor mir nicht gleich den naivling spielen sam und ich haben gekämpft weil die leute die ins hollow gehen was besseres verdient haben als ein alten falschen mann der konserven verteilt wann immer er lust hat der immer tat was selma kano ihm auftrug selbst dann wenn es gegen seine eigenen leute geht er hat sein bestes gegene aber dieses beste war nicht gerade viel richtig wenn ich das hollow habe tue ich dort was ich will ohne wenn und aber solange du mir anstandslos deine männer und connections zur verfügung stellst und einen platz zum untertauchen von zeit zu zeit gut makano hat sammy durch einen mann namens richie ducette ersetzt kennst du ihn gehört wohl zu dixie mafia er ist ein monster der typ entführt schwarze teenager und schleppt sie in die sümpfe nach ein paar tagen ohne essen macht er sie los und sagt sie sollen wegrennen dann hältst du ja die hunde auf sie weißt du wie in alten zeiten so hat er meine schwester getötet nur das ist mir von ihr geblieben wo finde ich ihn es ist da draußen gefährlich für ihn er zieht immer herum aber seine männer operieren aus der gemeindekirche und aus dem alten theater pöhrle hat es geheißen es wurde nach sammys wohl benannt das nehme ich mir als erstes vor einer meiner männer hat den laden ausspioniert er wollte sehen was da so abgeht du solltest mit ihm sprechen er weiß sicher mehr wenn ich da gewesen bin gucke bei der kirche so er Bis zum nächsten Mal.